Bonsoave Muchachos, hier bin ich wieder, euer Deko von den Losers mit einer weiteren Folge Game of Thrones, äh Telltale Game Series. What the fuck, dieser Name regt mich immer noch auf. Ähm, das ist die dritte Folge. In der letzten Folge haben wir eine, ein Mitglied des Hauses Bolton getötet und müssen deswegen nun zum Schutz unseres Hauses, weil wir sonst, äh, verklagt, getötet, keine Ahnung was, unser Haus zerstört wird, ähm, flüchten und zwar kommen wir auf die Mauer, zur Wall. So, das war die letzte Folge, nun geht's weiter. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid es auch. Story-mäßig und so, Story-Mori. Haus Forrester muss gesichert werden. Ich bin sehr stolz, dass ihr die Interessen des Hauses vorgelegt habt. Viele von Lord Forrester's besten Männer haben für die Krieg geholfen. Sein großer Onkel war ein Ranger mit der Nachtswatch. Ich werde was bestes machen. Ich werde was bestes machen. Was oft ist nicht was die easiest, aber trotzdem notwendig. Ich muss noch diese scheiß Nachricht überbringen irgendwie. Ich habe mich wartet, um dir zu sagen, dass ich dir sagen werde. Oh ja, jetzt. Was? The North Grove must not be lost, das war die Nachricht. Oh ja. He said, the North Grove can never be lost. Must. I fulfilled my duty. I fulfilled my duty. It's not often discussed, if ever. He said, tell only you. For good reason. Most don't even know what exists. They think it's just a myth, made up by wildlings and fools. Was ist das? I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? Nein, of course not. This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. I have to know the truth. Well done. Lord Forrester was right, to put his trust in you. I have to know the truth. From this day forward. I have to know the truth. I have to know the truth. I have to know the truth. Half, The North Grove is. We do not deserve it. My duty. I have to fulfill my duty. I have to hold my duty. My duty. You represent House Forest. Your actions at the war will reflect the honor of the enemies and the world. I will be strong. I will make you proud. I serve with honor. I serve with honor. Me. I know you will. und denn 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 als denn reitet los meine fast schwester ein andenken an haus forrester sehr schön nehmen wir doch danke für das geschenk hat der namen vergessen aber i will never forget los geht's what the fuck so ich vergesse es immer deswegen muss man hier mal ein timer hinlegen für die folgen da wird der ethan gesucht ich bin doch da alles gut jetzt haben wir offensichtlich die rollen getauscht und spielen den den das neue oberhaupt von aus forresta es ist ja der ethan etwas zu jung aber die anderen sind tot und der nächst ältere buddha ist verbannt wie wir in der letzten folge auf diesem gemälde gesehen haben ich will sie auch nicht sterben aber es war sicherlich. Ich hörte Duncan und Sir Roiland sprechen. Sie sagten, dass jemand hier kommt, um die Revenge zu kommen. Jeder ist über dich, aber ich bin nicht. Ich weiß, dass du uns schützen kannst. Wer hat gesagt, dass sie mich über mich beschäftigen? Nun, Sir Roiland für einen. Er sagt, dass du nicht so gut kämpfst. Was? Und er schießt dir einen Milchbube. Sir Roiland, wenn du nicht weißt, was du sagst. Der andere stimmte mich, ich werde ihn verabschieden. Der andere stimmte mich nicht. Oder was ich von mir kann. Was bedeutet Milchsob? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Ethan, du solltest dich sagen, dass er ein Milchbube. Äh, wie ein Mann. Er hat einen Milchbube, Asher, und hat sogar mir gezeigt, wie man kämpft. Soll ich meine. Ein Lord sollte wissen, wie man kämpft. Ja, ein Lord sollte wissen, wie man kämpft. Ja, ein Lord sollte wissen, wie man kämpft. Wir hatten so viel Spaß. Aber dann... Well, dann hat alles verändert. Roderick wurde so ernst. Der Lord in Training. Und er hat nie mehr schreit. Und Asher... Asher hat einfach Angst. Alles. Asher ist der zweite Sohn. Ich versuch mir, du wirst nicht so sein. Bitte, nur du. Ich mag dich, wie du bist. Der Verband wurde offensichtlich. Ich weiß, ein Lord hat viele Entscheidungen. Du darfst nicht, dass du da bist. Es ist wichtig, dass du dich selbst entscheiden kannst. Ich muss dich entscheiden. Ich muss mich ändern. Ich würde lieber meinen Bruder haben, als ein Lord. Ich werde beide haben, ich bin Angst. Als Lord müsste ich mich natürlich in neuen Verantwortung stellen. Ich denke. Jeder muss tun, wie du sagst. Also, ich kann alle die Süße, die ich will. Wenn ich es so einfach habe. Es wäre schön, wenn jemand etwas gemacht hätte, was ich wollte. Wie viele, wie du möchtest. Jeden wird ein guter Lord. Ein properer Lord. Das ist nicht, wie es funktioniert. Das ist, wie es funktioniert. Du bist der Lord. Er will unbedingt seine Fissigkeiten haben. Er will unbedingt seine Fissigkeiten haben. Lord Ethan. Du bist in der großen Halle. Auf geht's. Die Pflicht ruft. Lord Ethan. Was ist das Problem? Der Lord Whitehill ist gekommen. Unerwähnt und sicherlich unerwartet. Er hat sich um den Bösen zu verantworten. Er hat sich um den Bösen zu verantworten. Er ist der Kastelein. Bleib mit uns. Bitte, Ethan. Er braucht eine Zuschauer mit dem Lord. Wir müssen wirklich gehen. Es ist deine Entscheidung. Er ist der Kastelein. Er ist der Kastelein. Er ist der Kastelein. Wie ist er mit ihm zu bleiben? Mit seiner Familie. Lord Whitehill ist ein schmerziger Mann. Wieso? Wenn das von mir aus mir gebraucht wird... Sehr gut. Er hat mich... ... den Aufgaben gestellt. Als Lord... ... des Hauses Forrester. Er wird wahrscheinlich irgendwelche Anspielungen darauf machen, dass er noch viel zu jung bin. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Wir werden es erleben. Ich glaube, du hast zu Herrn Ethan, warum sie hier sind. Ich sagte ihm, Lord Whitehill weiß, dass es ein Schwier zu diesem Haus ist, oder was, ich glaube. Ist, was. Es macht keine Unterschiede. Die Whitehills waren sicherlich in der Wrong, so nicht ihm eine Satisfaktion. Out da, du war decisive und firm. Jetzt machen wir es wieder mit diesen Bastards. Let's not do something rash. Things are bad genug, als es ist. Ich kann das Wort, Lord Whitehill. Well said, mein Lord. Jetzt ist es nicht der Zeit, um Herrn Whitehill zu schützen, als er schon ist. Er hat fünfmal so viele Männer und die Rückkehr von Haus Bolton. All die mehr Reise, um uns selbst zu schützen. Nur Kauern und Todeserinnen sind die Leute. Ich habe schon Garrett auf die Mauer geschickt, um dem Typen zu genügen. Jetzt kriegt er Faust in den Arsch. Und die Eier werden ihm gekitzelt, wenn er aufmuckt. Werte Sau. Lord Ethan, ist es? Meine Kondolenz für deinen Vater und Bruder. Ein late Lord Forrester war kein Freund für mich oder für mein Haus. Aber für seine Familie ist es noch eine Loss. Mein einzig Regret ist, dass ich nicht da war, um den Dagger in sein Herz zu sein. Was für ein mieser Hurensohn. Oh, du kriegst den Schwanz in den Arsch. Irgendwann kriegst du den Schwanz in den Arsch. Ein fucking Haus kriegt einen Lord mit kein fucking Bruder und Salz. Du blöder Amateur. Keine Körteis. Ich sollte mir so viel erwarten. Calm yourself, old man. Du little fuck! Das ist wie du mit einem Lord говорst. Sie Forrestern haben uns aufhörteren Jahre alt. Nun die Starks sind nicht mehr aufhörter, oder? Wir sind die Macht im Norden, jetzt. Roose Bolton ist der Wartner des Norden. Aye, und wir haben ihn seine Bannermen für fünf Jahre alt. Du cunt! Herr Ethan, du verlierst das Kontrolle. Wir sind alle für House Bolton, jetzt. Ich bin nicht fertig. Vielleicht, wenn du nicht so schuldig mit dem Ironwood gewesen wärst, würden Dinge zwischen uns anders gewesen wären. Du hast deine Bannermen. Deine Bannermen wurde von uns genommen. Wir haben keine Wahl, aber die Harvest, was noch ist. Was ist das, was du willst, Lord Whitehill? Was will Lord Whitehill, auch der Uhrensohn? Dein Mann, der Skuyer. Wir waren mein eigenes Geschäft, um den König Frieden zu halten, wenn dein Mann uns für keinen Fall hat. Du hörst das? Der Fall hat keinen Fall. Der Fall hat keinen Fall. Kein Fall? Du schuldigst seine Familie. Dann sagst du, es war dein Mann, der mich verletzt hat. Und ein Päckfarrer. Wie antwortest du für dein Schwer, Lord Ethan? Er schuldigst du dein Name. Und du bist der Herr von diesem Haus? Wir haben auch die Leute verloren, Lord Whitehill. Deine Mann haben die ganze Familie verletzt. Du hast die Päckfarrer, nicht die Soldaten. Die Soldaten sind die 100 von ihren Schweren. Wo ist der verdammel Schwerer, der mich verletzt hat? Ich weiß, dass er hier ist. Was hast du mit ihm gemacht? Wir haben ihn nicht gesehen. Er war niemals hier. Du kleine Lier. Ich werde ihn finden. Bei den Gästen, die du besser aufhörst. Denn wenn ich nicht, bin ich nur dich verantwortlich. Und du, Lanzer, für was er getan hat. Ich werde nicht verlassen, bis ich meine Justiz habe. Ich werde nur den Päckfarrer, der das gemacht hat, oder du, Lanzer, zu Ruth Bolton. Welches Haus ist das? Ein Haus von honorable Menschen. Er hat auf jeden Fall irgendwann den Cock ins Gesicht geslappt, äh. Herr Whitehill. Habt ihr eure Manöse verletzt? Ich meine keinen Respekt zu dir, meine Frau. Bevor die Verlusten und alles. Aber das... Das ist nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn mein Sohn sagt, es ist. Danke für dich, Herr Whitehill. Ethan ist Lord of Ironrath, jetzt. Bei Recht, seine Worte ist Law hier. Wenn das dich entspricht, dann glaube ich, dass du die Tür finden kannst. Oh, ja. Dieser Mann kann sein Lord von dieser... ...House. Aber Lord Bolton wird das letzte Mal sagen. Ich sende ihm einen Räven, dass er ein Forrester hat, hat jemand von seinem eigenen. Der neue Lord Forrester hat mir leid, und mir meine Justiz hat. Dann werden wir sehen, wer seine Worte ist Law. Du bist ein Kraven, Herr Whitehill. Whatever. Whatever. Ich war falsch über dein Sohn, meine Frau. Er stand zu ihm wie ein wahrer Herr. Du warst brav, mein Sohn. Aber du musst noch braver sein, wenn Ramsey Snow kommt, um dich auf den Knochen zu sehen. Das ist alles böse. Es gibt ja keine richtigen Entscheidungen bei solchen Dingern. Dafür ist es ja auch gemacht. Man fühlt sich immer ein bisschen komisch, egal für was man sich entscheidet. Jetzt habe ich hier Eier getreten und denke, vielleicht war das nicht so geil für mein Haus. Auch wenn ich... Äh, stopp. Ende hier. Also, wie gesagt, ähm... Ich habe meinen Mann gestanden, aber vielleicht war es nicht das Beste für das Haus. Könnten natürlich noch einige Nachwirkungen haben. Und das werden wir wahrscheinlich im spätere Spielverlauf sehen, denn der Lord Whitehill hat sich ja mal in Entscheidungen gemerkt. Muchachos, das war die dritte Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Reingehauen.